Musik Sehr geehrte Frau Präsidentin, Damen und Herren Abgeordnete, liebe Bürger, der Antrag läuft ja unter der Überschrift den Fall Nawalny nicht missbrauchen. Da muss man ja auch mal über die Person Alexej Nawalny etwas sprechen. Und das kann man unisono sowohl im neuen Deutschland als auch in der jüdischen Allgemeine und anderen Medien lesen. Alexej Nawalny ist nicht der Volksheld, für den er hier den Bürgern in Deutschland verkauft wird. Das ist ein Rechtsextremist und Antisemit, der eine höchst zweifelhafte Persönlichkeit. Und es ist natürlich interessant, dass sich die Bundesregierung, zum Beispiel auch jemand wie Heiko Maas, der ja angeblich wegen Auschwitz in die Politik gegangen sein will, sich jetzt mit solchen Leuten gemein macht und bereit ist, für so jemanden einen milliardenschweren volkswirtschaftlichen Schaden hier in Mecklenburg-Vorpommern und Deutschland insgesamt anzurichten. Das ist genauso bizarr wie seinerzeit, als der Ex-Oligarch Kolorkowski hier wie ein Volksheld in Deutschland gefeiert wurde. Unter ähnlichen Umständen auch jemand, der sein Vermögen ja in den wilden 90er Jahren in Russland auf höchst kriminelle und brutale Art und Weise zusammengerafft hat. Also diese Doppelzüngigkeit hätte Frau Schwesig im Bundestag ja auch mal erwähnen können, auch wenn ihre Rede ansonsten sehr gut war. Andererseits ist dieser Fall vielleicht auch mal ganz lehrreich. Es gab vor Jahren mal einen Bundespräsidenten, der hieß Horst Köhler und der musste unter anderem auch deswegen zurücktreten, weil er gesagt hat, Deutschland muss unter Umständen auch bereit sein, seine Handelswege mit militärischen Mitteln zu verteidigen. So, damals wurde ja ein Shitstorm über ihm ausgeschüttet, weil es damals nicht vorstellbar war, dass Geopolitik und geopolitische wirtschaftliche Interessen, dass das eben kein Ponyhof ist, wie sich das jetzt hier auch in diesem Fall mit Nord Stream 2 offenbart. Und vielleicht lernt Deutschland ja an diesem Fall endlich einmal, wie wichtig es ist, die eigenen nationalen Interessen, wenn nötig auch mit Vehemenz, durchzusetzen und nicht immer davon auszugehen, dass die ganze Welt so funktioniert wie ein evangelischer Kirchentag. Die Amerikaner, die machen nichts weiter, als ihre Interessen und die Interessen ihrer Bürger zu vertreten. Die Russen machen es so, die Chinesen machen es so und alle anderen vernünftigen Nationen auch. Und es wäre höchste Zeit, dass auch Deutschland hier mal wieder zur Vernunft kommt und bei diesen und auch anderen Themen die Interessen der deutschen Nationen, die Interessen der deutschen Bürger an erste Stelle rückt. Danke.